Es braucht immer viele verschiedene Ideengeber und Player. Ein herzliches Willkommen bei IKEA. Man muss nur ein bisschen kreativ sein. Für eine gute Teamarbeit. Dass jeder Mensch so genommen wird, wie er ist. Es sind mehr als 15 Mitarbeiter bereits eingestellt. Menschen, die zu uns kommen und sagen, ich würde gerne bei euch arbeiten. Und gemeinsam kann nur sein, wenn wir alle miteinander gemeinsam arbeiten. So wie die Gesellschaft ausschaut, so möchten wir auch ausschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.